Wir sind hier auf der Terrasse von Arschola. Wir haben gestern hier noch gequestet. Die Naga sind wieder so vollständig wie vorher. Und wir nehmen die Quest an. Visionen der Vergangenheit. Das Massaker von Bilaran. Werdet Zeuge des weiteren Verlaufs der Geschichte der Kriegsbreite, indem ihr ihre zerbrochene Klinge am Sterbeort des Generals der Qualdir benutzt. Das war einmal hier durch, glaube ich. Ich gehe mal hier drauf. Das ist, glaube ich, etwas schneller. So, da vorne sehen wir schon Leuchten. Visionen der Kriegsbreite. So, einmal benutzen. Nun beginnen die Vorbereitungen. Kriegsmeid. Ich habe eine neue Aufgabe für euch. So, dann nehmen wir die an. Im Namen der Lady. Sprecht mit Tiefenlord, Sin Shatar, Lady Sirakes und Aufseher Itrakes. Das hier unten kennen wir ja. Wirbelnder Dreizack. Lässt euren Dreizack in einer überwältigenden Darbietung der Waffenkunst vor euch wirbeln und fügt so allen vor euch befindlichen Feinden zwei Sekunden lang alle 0,25 Sekunden körperlichen Schaden zu. Alles klar. Jetzt muss ich gucken, wo die Einzelnen sind. Da ist Tiefenlord Sin Shatar. So, es wird wahrscheinlich, ne, wird auch hier wieder nichts angezeigt. Da ist Lady Sirakes. Und wer fehlt noch? Sprecht mit Aufseher Itrakes. Da ist er. So, und dann müssen wir wahrscheinlich wieder zurück da die Quest abgeben. Nein, wir müssen da rüber. Müssen wir jetzt da hoch. Also sieht auf jeden Fall so aus, als ob wir da hoch müssen. Weil die schwimmen ja auch alle da hoch. Ja, wir müssen hier rüber. Okay. So, Quest beendet. Keine Vergebung. Tüte 20, Qualdi auf der Rügelklippe. Und hier drüben. Gestohlenes Eigentum. Besorgt den Schmelztiegel von Nascharin. Okay. Also wir müssen 20 von denen hier killen. Warum hat es jetzt wieder nicht so gezählt? Ach so, ich habe ja eine neue Fähigkeit. Die sollte ich vielleicht gleich mal einsetzen. Äh. Aber nur da, wo mehrere stehen. Hallo, nicht abhauen. Hallo. 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 Das hat gar keinen Schaden jetzt. Das Spiel ist so verpackt. Alter. Jetzt hat es Schaden gemacht. Mann, Mann, Mann. Und da hinten. Ne, wir werden das nicht da hinten mit abgeben müssen. Vor allem. Wir müssen ja auch noch den Sandtiegel holen. Keine Ahnung, wo der ist. Ja, so mag ich das. So, ähm. Zwei Stück noch. So, die Quest haben wir. Gestohlenes Eigentum. Äh. Wo ist der? Hier drüben gibt es noch eine Quest. Ah, ich glaube, der war da hinten. Ein Exempel statuieren. Bringt ein Hochschaman der Qualie zu Henker Beratres Füßen. Daran kann ich mich erinnern. Also, die sind hier drin, die Hochschamanen. Wir müssen die einmal kurz anhauen. Und dann... Ja, ja, hau mich. Und dann einmal hier hinziehen. Und wir haben die Quest beendet. Okay, können wir auch direkt abgeben. Und da hinten müsste jetzt der Schmelztitel... Genau, da. Da ist der Schmelztitel. Beendet. Freiwillige Last. Kebt mit euren Nachrichten vom Schmelztitel von Nascharin zum westlichen Ende des Biel-Arangrads zurück. Okay. Heißt da, wo wir eben hergekommen sind. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum Quest die schon wieder nicht funktioniert. Aber, ja, wir haben es jetzt seit sieben Folgen ungefähr. 2, 4, 6, ja, das ist die siebte Folge. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Irgendwie muss es funktionieren. So, dann abgeben. Hallo. Abgeben. Der Gipfel unserer Bemühungen. Ach, das war es jetzt. Nee, 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 nee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wieder zum stillen Strand zurück müssen, wenn die vorher hier schon waren. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Moment, wo sind wir denn vorhin gestartet? Hier, oder? Und. Oder hier drüben. Och, Leute. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir gestartet sind. Aber egal. Wir gehen jetzt einfach einmal nach unten. Und. Schauen mal. Wo bin ich denn jetzt hier? Und schauen mal da in dieser. Hier in dem Unterschlupf. Hier ist auf einmal. Ich verstehe das Ganze nicht. Also, ich kann mich dran erinnern, dass wir nicht zurück mussten. Um die Quest dann abzugeben. Hier soll auch irgendeine Quest sein. Ein Stück Vergangenheit. Patrouille der Atschir. Wo ist denn hier eine Patrouille? Da. Hallo. Komm mal her. Ein Stück Vergangenheit bringt die uralte Elfengravur zu Levia Traumwäschter. Ihr solltet sie bei den Überlebenden von Nespira der Allianz finden. Ach, jetzt auf einmal doch da. Oder was? Hä? Jetzt hoch oder runter? Da drüben. Hier? Ja? Doch unten. Ah, ja, ja. Ähm, ja. Ich muss mit meinem Sohn unbedingt Gas geben, dass ich vor der nächsten Aufnahme die Quest schon mal gespielt habe. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo ich hin muss. Hä? Hier war doch eben niemand drin. Für Quests. Da. Ich bin geehrt. So, dann. Planen wir mal den Zauberstoff. Ja, aber damit haben wir immer noch nicht herausgefunden, wo wir hier die abgeben können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wieder zurück müssen. Weil die ist doch mit den anderen Überlebenden da hingekommen, oder nicht? Bin ich jetzt hier komplett verkehrt? Ich bin hier komplett verkehrt. Alter, das macht mir so zu schaffen. Also, hier können wir keine Quests abgeben. Hier. Ich sag mal, wir gucken jetzt nochmal hier drüben, ob man hier irgendwelche Quests abgeben kann. Und wenn nicht, da. Warum zum Teufel wird die Quest denn dann nicht hier angezeigt? Alter, Mann. Entschuldigung, dass ich mich die ganze Zeit hier aufrege. Schöner Kopf bringt mir nix. Und wir nehmen den schönen Kopf hier. Und wir sind Level 82 geworden. Ähm. Blizzard, ich hätte da mal eine Frage. Warum haben wir jetzt Stufe 0 erreicht? Ich verstehe das nicht. Wir sind jetzt Stufe 0 geworden. Ich glaube, das hat vor uns auch noch keiner geschafft. Egal. Halt los, benutzt Wellensprecherin Valorenseepferd umzuatmen mit Admiral Tvorek unter der südlichen Terrasse in den Ruinen von Vashir zurückzukehren. Such den Pfad des Lichts. Ach, neul, 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 neul. Alter. Hey, wir sind Level 0. Das muss uns mal einer nachmachen. Man fängt mit Level 1 an. Das müsste ja eine hellen Tat sein. Hellen Tat. Nein. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. ist der Admiral Tvorek. Der Admiral Tvorek. Der Admiral Tvorek. ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsgebiet mit dem Ganzen unter Wasser. Man kommt zwar schnell voran, aber, ja. So, dann beenden wir die Quest und, ja, wir machen dann morgen weiter. Ich werde jetzt erst mal was essen. Dann bis morgen.